Zum wiederholten Male weise ich darauf hin, dass die hohen Energiepreise eine Ursache haben. Diese Ursache liegt östlich von uns, und sie heißt Wladimir Putin, der das Gas abgestellt hat. Das Gas wirkt auf den Strommarkt. Weil Sie immer dazwischenrufen, Sie sagen immer, Sie lieben das Vaterland. Die Frage ist nur, welches Vaterland. Ich sage Ihnen, Sie lieben offensichtlich das falsche Vaterland, jedenfalls nicht dieses hier.